Was geht ab Leute? Wir sind back mit My Hero Academia und kommen zum aktuellen Chapter 427 und dieses Kapitel hat mir richtig gut gefallen, denn wir sehen die dunkle Seite der Heldengesellschaft, das was der Öffentlichkeit meist verwehrt bleibt, aber wir sehen es eben aus der Perspektive von Spinner und Spinner ist eben derjenige, der die Botschaft von Deku erhält. Und wir sehen eben auch in diesem Kapitel ganz viele Perspektiven von Zivilisten, wie sie über Shigaraki denken, was er wirklich ist oder wer er vermeintlich wirklich ist und das werden wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Das heißt auch für euch, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, Daumen nach oben, nicht vergessen, wir gehen rein und ab dafür. Ja, wie ich schon bereits erwähnt habe, dieses Kapitel dreht sich mehr oder weniger um Shigaraki oder das, was die Öffentlichkeit denkt, was Tomura Shigaraki ist oder wer Tomura Shigaraki ist. Und er wird eben als dieser typische Bösewicht, dieser Dämon abgestempelt, der nur Böses wollte, der durch und durch Böse ist, der andere Leute getötet hat und dementsprechend ist der Fall klar, zumindest wenn man sich die erste Seite anschaut. Aber es ist ein bisschen facettenreicher, ein bisschen tiefschichtiger. Da gibt es mehrere Graustufen, die man auf jeden Fall beleuchten muss und eine dieser Graustufen ist definitiv Spinner, der eben auch die andere Seite der Medaille erkennt. Dass Shigaraki nicht dieser durch und durch Böse Typ ist, sondern eher ein kaputter Typ ist, der dann dementsprechend so handelt, weil er von der Welt zu dieser Person gemacht wurde, die er heute ist. Oder auch All4One hat einen ganz großen Beitrag dazu geleistet, das muss man auch fairerweise dazu sagen. Und was ich auch sehr krass finde, dass wir einfach die Oma sehen, die in dem Flashback von Shigaraki vorgekommen ist, die eben auch davon gesprochen hat, es wird sicherlich irgendwie ein Held kommen, der wird dich retten. Aber schlussendlich kam niemand, der Einzige, der kam, war All4One, der Shigaraki half. Hätte sich zum Beispiel die Oma eingeschaltet und Shigaraki tatsächlich gerettet und nicht irgendwelche komischen Phrasen von sich gegeben, dann wäre vielleicht diese ganze Situation, dieser ganze Krieg gar nicht erst entstanden oder ein x-beliebiger Zivilist, der Shigaraki, geholfen hätte. Es hätte wirklich nur diese eine helfende Hand gebraucht, um dieses Desaster zu verhindern, aber man schaut dann einfach lieber weg. Oh, das wird schon jemand anders erledigen. Oh, wir haben ja so viele Helden, die machen das schon. Tja, manchmal eben nicht. Und All Might hat es ja bereits mehrfach angedeutet, man kann nicht jeden retten. Und deswegen bekommen wir auch die Perspektive von Spinner in diesem Kapitel, der eben Shigaraki nicht als das Monster, als diesen Teufel ansieht. Und das passt irgendwie gar nicht zu dem, was die Leute von sich geben, weil sie eben Shigaraki nicht kennen. Die labern einfach nur oberflächlich, ja, das ist ein Monster, das ist ein Schurke, ich bin froh, dass er weg ist. Und zeitgleich wird Spinner sehr emotional, weil er der erste richtige Freund ist, den er jemals hatte, der ihn wirklich als derjenige angesehen hat, der er ist und ihn auch so akzeptiert hat. Wenn man sich das Ganze mal vor Augen führt, ist das eine richtig traurige Sache, denn wir wissen ja auch bereits aus den Flashbacks von Spinner, dass er sich jahrelang zurückgezogen hat, dass er keine Hoffnung hatte und derjenige, der ihm dann die Hoffnung gab, war eben Shigaraki, die Liga des Bösen, weil eben sich da viele Gleichgesinnte versammelt haben, um für ein ganz großes Ziel zu kämpfen, dass sie endlich frei sein können, dass sie endlich das tun und lassen können, was sie immer wollen, ohne irgendwie von anderen verurteilt zu werden. Das war ja so, Shigarakis Plan, er wollte alles zerstören, damit seine Freunde in dieser neuen Welt leben können. Das wird hier in diesem Gespräch klar und deutlich, vor allem als er Deku als Mörder bezeichnet hat und im Grunde genommen ist ja Deku wirklich der Mörder von Shigaraki und das ist ja auch die Ironie an der ganzen Sache, dass man sich immer als der Held darstellt, so strahlend hell und schön und in Wirklichkeit hat man auch manchmal so Momente, die dazu führen, dass man sich die Hände schmutzig macht. Das haben wir gesehen bei All Might gegen All For One und jetzt auch bei Deku und Shigaraki. Von daher ist das der ewige Kreislauf, den man nicht unterbrechen kann. Das wird auch am Ende des Kapitels deutlich, als wir das Gespräch haben, das ganz kurze Gespräch zwischen Tsukauchi und Deku, der eben auch die Frage gestellt hat, kann das endlich mal aufhören und Tsukauchi antwortet darauf, nee, das wird ewig so weitergehen, es gibt dafür keine Lösung, es wird immer diese Konflikte geben, es kann auch sein, dass ein neuer All For One, ein neuer Shigaraki entsteht durch diese jetzige Situation, also man muss wirklich absolut hellhörig sein, um dementsprechend diese Dinge vorzubeugen. Außerdem kriegen wir noch ein paar Hintergrundinformationen Bezüglich Spinners körperlichen Zustand, der war ja wirklich in einer sehr, sehr schlechten Verfassung und er war kurz davor ein Nomu zu werden, was natürlich nicht so nice ist, aber durch die Errungenschaften der Wissenschaft und auch durch die ganze Nomu-Forschung konnte man Spinner retten, also man konnte diesen Prozess, dass er zu einem Nomu wird, unterbinden. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber das ist jedenfalls der Stand der Dinge, ist jetzt auch nicht so an den Haaren herbeigezogen, ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass das durchaus möglich ist. Aber was mich besonders an diesem Kapitel fasziniert, ist dieser krasse Kontrast zwischen Schurken und Helden. Horikoshi liebt es, die Helden als die Schurken darzustellen und die Schurken als die Helden, das konnte man vor allem an der Aussage von Spinner feststellen, als er Shigaraki als Held glorifiziert hat, weil er ihn gerettet hat, weil er ihn aus seiner misslichen Lage rausgeholt hat. Und es ist eben immer eine Frage der Perspektive, was ein Held ist oder was ein Schurke, du kannst auch als Schurke ein Held sein und das hat ja auch Shigaraki am Ende seines Lebens zu Deko gesagt, ey, ich bin der Held für diese Leute und dementsprechend mache ich auch weiter und weiche nicht von meinem Weg ab. Und in diesem Aspekt ist er es auch konsequent zu Ende geschrieben. Vor allem auch als Deko derjenige war, der die Nachricht von Shigaraki an Spinner übermittelt hat und zwar bis zum bitteren Ende hat Tomura Shigaraki weitergekämpft, um zu zerstören. Das waren Shigarakis Worte und diese Worte hat nun Spinner erhalten, der natürlich hoch emotionalisiert das Ganze verarbeitet hat oder eben vielleicht nicht verarbeitet hat, kurzzeitig sogar durchgedreht ist und wir dann eben diesen krassen Kontrast bekommen, die sehr emotionale Ansprache von Spinner und zugleich dann die abwertenden Kommentare der Zivilisten, die eben Shigaraki nur als Monster bezeichnen oder als Teufel, wie auch immer. Und dass diejenigen, die jetzt Shigaraki so diskreditieren, in ein paar Jahren ihn schon vergessen haben. Aber Spinner vergisst nichts. Spinner wird niemals vergessen. Die Vergangenheit vergisst nichts. Und aus dem Grund fängt er bald an, ein Buch zu schreiben, um die ganzen Ereignisse für sich zu verarbeiten. Und das ist ja eigentlich, wenn man das ein bisschen weiter spinnt, der Origin von Destro. Destro war ja auch derjenige, der dann dieses Buch geschrieben hat. Das Ganze ging weiter. Der Sohn oder der Enkel, ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, was Redestro eigentlich ist. Auf jeden Fall ist er ein direkter Nachfahre von Destro. Und dementsprechend hat das auch einen großen Einfluss gehabt, dieses Buch auf die ganze Bevölkerung. Und so ein Buch wird jetzt wieder geschrieben, beziehungsweise ein Comicbuch. Denn das ist der Vorschlag von Deku, der einfach mal diesen Satz droppt. Und das ist echt wild. Also Deku unterstützt die Aussage von Spinner und sein Vorhaben. Das muss man sich mal vorstellen, weil er ganz genau weiß, ey, es wird sich sowieso nichts ändern. Und deswegen hat er auch die Aussage nachher bei Tsukauchi getätigt, ey, kann man wirklich gar nichts tun. Und Tsukauchi hat dann dementsprechend gesagt, nee, es wird sich gar nichts tun. Und deswegen befeuert Deku mehr oder weniger das Unterfangen von Spinner, was ich irgendwie auch gut finde. Weil es ist wichtig, dass man beide Seiten kennt, um sich ein Urteil zu bilden. Und nicht nur die strahlende, schöne Seite sieht, sondern eben auch die dunkle, die dreckige Seite. Und Deku kann das ja am besten nachvollziehen. Denn er kennt die beiden Seiten mehr oder weniger jetzt ganz gut. Oder hat sich zumindest versucht, in die Lage der Schurken hineinzuversetzen. In diesem Kontext auch eine ganz nette Geste von Spinner, der ebenfalls eine kleine Botschaft parat hat. Und zwar für den Oktopus, der sein Bestes geben soll. Damit ist natürlich Shoji gemeint. Und so gleichen sich die beiden jetzt mehr oder weniger aus. Beide haben den Gefallen des anderen erwidert. Bei Deku Shigaraki und bei Spinner Shoji. Das ist auch mehr oder weniger der finale Punkt dieses Gesprächs. Und wir machen weiter mit einem anderen Gespräch. Und zwar der Chef der Yakuza-Familie und Shigaraki. Ja, das ist tatsächlich passiert. Und fragt mich bitte nicht, warum der Boss einfach mal wieder am Leben ist. Und wieder bei Bewusstsein ist. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert ohne den Quirk von Shigaraki. Also Overhaul. Aber irgendwie ist er wieder am Start. Aufgrund der technologischen Entwicklung der Support Gadgets. Ja, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Als Erklärung finde ich etwas eigenartig. Aber ich akzeptiere es irgendwie. Aber worum geht es eigentlich? Natürlich geht es mehr oder weniger um Eri und das, was Shigaraki ihr angetan hat. Und das kann natürlich der Yakuza-Boss nicht tolerieren und nicht akzeptieren. Und deswegen sagt er, ey, was du mir erzählst, ist mir eigentlich egal. Das Einzige, was du zu tun hast, ist bis zu deinem Lebensende dich bei Eri zu entschuldigen für das, was du ihr angetan hast. Und da bin ich echt gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Apropos weitergehen. Wir kriegen einfach mal die Enthüllung der neuen Klasse 1a, die absolute Fanboys und Fangirls sind. Von Shoto und Barkogo, die total durchdrehen. Oh mein Gott, da sind meine großen Idole. Das ist ja absolut wild. Und das ist auch der Cliffhanger dieses Kapitels. Deko ist auch etwas schockiert. Mineta ist etwas verstört. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was uns im nächsten Kapitel erwartet. Was die drauf haben. Sind die stark? Sind die schwach? Oder sind das nur irgendwelche austauschbaren NPC-Charaktere? Wir werden es früher oder später wissen. Und das ist auch der Cliffhanger dieses Kapitels. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu. Gerne unten in die Kommentare. Macht die 1000 Likes voll. Und wir hören und sehen uns in weiteren Videos wieder. Bis dahin und Peace out. Bis dann. Phew. Bis dann.